So Ingo, du hast ja eine eigene Fußballschule, wie wir ja gehört haben, heißt das die Fußballfabrik. Was passiert da? Wir wollen auch jungen Leuten die Chance geben, bei dir kostenlos mitzutrainieren. Hier sind ein paar Bilder. Was ist das Besondere an deiner Fußballfabrik? Ja, letzten Endes machen wir Fußball. Wir versuchen nah an den Ausbildungszentren der Bundesligisten heranzuarbeiten. Wir haben bei mir qualifizierte Trainer, die auf meine Veranstaltung noch von mir persönlich eingearbeitet werden und das Training so leiten, wie ich mir das vorstelle. Es geht immer um Basistraining, es geht um Dribbling, um Passspiel und die Kinder sollen halt zu ihrem Vereinstraining immer wieder Ausbildung bekommen. Ausbildung ist das große Thema bei mir. Gibt es das ein oder andere Talent, was du schon weiterempfohlen hast? Ja, wir haben jetzt in den letzten drei Jahren auch Sichtungscamps. Wir haben Bestencamps und Elitecamp. Da sieht man schon, wer dort bei uns sehr talentiert ist. Sie spielen auf den Münster, auch bei Schalke 04. Vor einigen Jahren war Julian Draxler mal bei mir in den Camps. Aber das ist schon ein bisschen her. Ich hoffe, er erinnert sich noch dran. Er hat mal ein Feriencamp besucht. Das will ich nicht überbewerten, aber ich glaube, es waren schon sehr, sehr viele Jugendliche bei mir in den Veranstaltungen und sind dann irgendwo gelandet. Aber wir haben nur einen ganzen kleinen Teil an Ausbildung. Denn das Hauptkredo machen die Vereine. Was ist Ihnen damals schon bei Draxler aufgefallen? Also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass der Name damals auffiel. Und wir haben so viele Kinder. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mehr, wie er mit elf oder zehn Jahren dort war. Aber es sind immer viele Kinder, die herausstechen. Und ob es gerade Julian war, ich bin fast sicher, dass es so war. Aber ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, es war so. Aber ich war auch schon in seiner Fußballschule. Und was ich toll finde, er legt auch Wert darauf, dass es so ein paar Dinge gibt, die so viel mit Fußball zunächst mal gar nichts zu tun haben, nämlich mit Charaktereigenschaften. Und wir verlosen auf unserer Facebook-Seite für vier Kinder einen Aufenthalt auf deinem Camp, in deinem Camp. Wie macht man das? Ja, wir haben dort ein Gewinnspiel, was ihr versucht, jetzt auf die Beine zu stellen oder schon gemacht habt. Ich möchte gerne zwei Kinder auf Tortonia Schalke einladen. In der legendären Glückaufkampfbahn haben wir im Herbst ein Fußballcamp. Wir sind bei Viktoria Resse in Gelsenkirchen. Also dort kann man mitmachen. Und ich hoffe, es gewinnt ein fußballbegeisterter Junge. Jetzt hoffe ich, dass der Papa die richtigen Fragen beantwortet. Ich bin mir da ganz sicher, dass das der Fall sein wird. Also mitmachen, liebe Eltern, für die Kinder sozusagen. Bei uns auf der Internetseite findet man alle bei der Information. geil.de slash rheinzgersport. Merken.